Wenn du willst, ich kann JJ gerade mal machen und dann kannst du... Oh. Ja, genau. Fang an. Stehen Sie in Ruhe auf, machen Sie den Ton lauter und nun kommt ein Top-Highlight. Hier ist er, JJ Okoccia. JJ, JJ, ein Haken, ein Haken, noch ein Haken, noch ein Haken, da umdremmelt er. Er dreht sich, er dreht sich, er dreht sich und noch ein Haken und links und rechts und noch ein Haken. Was hatte ich jetzt? Und drehen, drehen, Tor! Ja, 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 ja.